Bombe ist geplatzt. Es ist aber eine Bombe. Um Himmels Willen. Dienstagabend, hier bei uns, im Ersten. Bundestagswahl 2017. Sie sehen nun Wahlwerbung. Für den Inhalt der Wahlwerbung ist ausschließlich die jeweilige Partei verantwortlich. Bedingungsloses Grundeinkommen? Für jeden? Einfach so? Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Mit dem Denken von gestern werden wir nicht die Probleme von morgen lösen. Blödsinn. Fürs Nichtstun gibt's nicht. Meine Konzernverstände sagen, dass in Zukunft sowieso die Roboter die meiste Arbeit übernehmen. Hier, nee, hier, du. Meine Freundin fragt, ist Arbeit denn nur Arbeit, wenn sie bezahlt wird? Sagen Sie das doch allen Eltern, Ehrenamtlichen und Hausfrauen. Ähm, ja gut, äh, ich kenne keinen Gruppsverdiener, der aufgehört hat zu arbeiten, weil er genug Geld hat. Was würdest du tun, wenn für dein Grundeinkommen gesorgt wäre? Die Grundeinkohle für Mutti und Vati, Leiharbeiter, Minijobber und Rentnern würde allen ihre Würde zurückgeben. Ist eine prima Sache, finde ich. Ja, ja, alle denken darüber nach. Aber bislang hat sich noch keine Partei getraut, das vorzuschlagen. Oder? Grundeinkommen ist jetzt wählbar. Bundesweit. Wie, wart seit Vanditten? Ja, nach meiner Kenntnis... ...tritt das sofort. Unverzüglich. Wem soll denn das bezahlen? Geld ist genug da. Easy peasy, komm, lass jucken. Bundestagswahl 2017 Cezanne, Wahlwerbung Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karin Miosga. Guten Abend. Es sind enorme Naturgewalten, die die Welt in diesen Tagen heimsuchen. In der Karibik wirbelt ein heftiger Sturm. Und neben den Kräften aus Luft und Wasser kommt nun auch noch tief aus dem Innern der Erde ein Beben dazu, das vergangene Nacht halb Mexiko erschütterte. Dieses Beben war so heftig, dass es Dutzende Häuser zum Einsturz brachte. Bis jetzt geht man von 35 Toten aus. Der Erdstoß ereignete sich vor der Pazifiküste Mexikos in einer der aktivsten Erdbebenregionen der Welt. Denn hier drücken die nordamerikanische Kontinentalplatte und die Kokosplatte aufeinander mit verheerenden Folgen. Thomas Aders. Viele haben Glück im Unglück gehabt, wie dieser Mann in der Stadt Minatitlan am Golf von Mexiko. Er hat eines der stärksten Erdbeben in Mexiko seit Menschengedenken überlebt. Und dennoch, sein Haus ist unbewohnbar. Finanziell steht er jetzt vor dem Nichts. Diese Sekunden gestern kurz vor Mitternacht wird kaum ein Mexikaner jemals vergessen. Die Erde beginnt zu beben, 50 Millionen Menschen werden aus dem Schlaf gerissen. Das Ibizentrum liegt im Süden des Landes, vor der Küste nahe der Grenze zu Guatemala. Noch in der 1000 Kilometer entfernten Hauptstadt Mexiko City wanken tausende Häuser. Ich habe geschrien, weil ich so eine Angst hatte. Ich habe sowas noch nie erlebt. Einfache Beben ja, aber nicht, dass die Wände knacken und das Licht ausgeht. Ich saß zu Hause und habe Fernsehen geschaut, als plötzlich alles zu wackeln begonnen hat. Alles hat sich bewegt. Es war beeindruckend, wirklich. Das Beben war sehr stark. In den besonders stark betroffenen Bundesstaaten Oaxaca, Chiapas und Tabasco wurden zahlreiche Häuser dem Erdboden gleichgemacht. Rettungskräfte suchen in den Trümmern nach Verschütteten. Präsident Peña Nieto sprach vom schwersten Beben seit einem Jahrhundert. Leider muss ich von menschlichen Opfern berichten. Die Infrastruktur hat in unterschiedlicher Art und Weise Schäden erlitten, die wir bislang nicht quantifizieren können. Während die zunächst befürchteten Tsunamiwellen am Pazifik ausblieben, geht im ganzen Süden Mexikos jetzt die Angst vor starken Nachbeben um. Bereits knapp 200 von ihnen haben Seismologen gezählt. Sie sind oft gefährlicher als der erste Erdstoß, weil sie beschädigte Gebäude zum Einsturz bringen können. Ich bin Corona- gleichgemacht. Ich bin jetzt schön bei mir. Ah, ich bin'sicie瞭 weather-fest. Ich bin's glück. gio-λιårt. So wie weiß sie Ha stand- 주고.